Hallo Freunde und willkommen zurück. Wie ihr seht, sind wir heute als Bubba unterwegs und versuchen dem Antitus zu entkommen. Wenn ihr mehr Killer als Survivor Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal und schreibt es mir in die Kommentare. Danke Leute und viel Spaß mit dem Video. Alles klar, los geht's. Wir sind auf der Betham Vorschule Nummer 3 und wir haben eine AFK-Lorry. Oh mein Gott. Wir slappen sie erstmal ein bisschen. Dafür, dass sie AFK ist. Es sieht so bescheuert aus mit Bubba. Alles klar, das Gespenst ist jetzt hinter uns her. Okay, die Palette kann ich eigentlich relativ schnell werfen. Da ist nichts Verwerfliches dran. Gehen wir mal in das Haus der Schmerzen. Wo geht sie lang? Stun. Bisschen blenden. Wundervoll. Und wir sind weg. Schaffen wir das noch? Uff, ich glaub sie ist direkt im Raum. Und seht mal, Bubba kann sich nicht mal richtig hinter dem Schrank hier verstecken. Oh mein Gott. So, dann helfen wir mal der Lori. Super, den ersten Gen haben wir. Vielleicht können wir hier einen kleinen Save machen. Uff, das war knapp. Äh, den Palettenstun hat er nicht hingekriegt. Oh mein Gott. Ja komm, dann nimm die Palette. Blendung. Ja, sie hat nämlich, äh, sie hat ihren Phasengang gefakt. Das ist halt echt praktisch, wenn ihr eine Taschenlampe gegen das Gespenst dabei habt. Ihr könnt immer überprüfen, ob sie ihren Phasengang faket oder nicht. Jetzt hat sie uns, glaub ich, gesehen. Mhm. Wir gehen mal hier lang. Gehen mal zurück. Boah, ich dachte, sie war ohne Witz, Leute. Ich dachte ganz kurz, sie war in ihrem Phasengang. Nein, warum kann ich... Hä? Warum ging das nicht? Ich konnte nicht hier rüber wollten. Das ist jetzt kein Witz, Leute. Das ging einfach nicht. So, wir gehen hier langsam ran, damit sie unsere Spur nicht sieht. Sie ist auf der Straße perfekt. Hat funktioniert. Äh, oh mein Gott, ich bleib immer an dem Gebäude hier hängen. Wir haben die Palette hier, die werfen wir noch nicht direkt. Also, okay, es ist Haunted Grounds. Wundervoll. Sie faked wieder ihren Phasengang. Sie faked diesmal nicht. Uff, uff. Sie ist hinter uns gewesen. Hm. Okay, wir müssen ins Gebäude. Wir müssen in die Vorschule zurück. So, die Palette ist weg. Wir haben hier ein kleines Fenster. Sie ist, glaube ich, in ihrem Phasengang. Hm. Hab sie da gerade gesehen. Laurie ist hier. Bill ist hier. Bill liegt. Okay. Wenn wir Glück haben, können wir einen kleinen Save machen. Nein. Nein, sie hat uns gesehen. Die Frage ist, kommt das Gespenst jetzt zu uns? Ja, ich hör da was. Wenn sie kommt, hab ich die Palette. Okay, sie hat den Jen gekickt. Kommt sie rüber? Ohne Witz, Leute. Das hat mir gerade echt zu lange gedauert. Und ich... Sie hat den... Blendung. Wir gehen in die Ecke. Uff, das war knapp. Oh, wir sind weg. Ohne Witz, Leute. Okay, sie ist jetzt hinter uns. Ohne Witz, Leute. Ich dachte gerade, sie hat den Jen gekickt und kommt um die Ecke. Dabei hat sie es beim ersten Mal irgendwie nicht geschafft, den Jen zu kicken. Schaut ihr euch an, den Bubba. Er will einfach nur raus. So, nächste Jen ist durch. Kriegen wir eine Heilung, Laurie? Komm, heil mich. So, Dankeschön. Und wir sind weg. Ne, da kommen wir zu spät. Oder? Ne, da kriege ich nichts. Vielleicht kann er sich ja frei wiggeln. Wo ist eigentlich der nächste Haken? Ja, er hat sich frei gewiggelt. Ja, moin. Ich bin schon wieder in dieser Mülltonn hier hängen geblieben. Alles klar, der nächste Jen ist durch. Ich habe schon drei Gents gemacht. Was haben die anderen gemacht? Okay, keine Sicht von Gespenst. Okay, doch. Ich höre es. Wir sind beide verletzt. Das ist schlecht. Okay, sie geht natürlich direkt der Laurie nach. Okay, welche Seite hebt sie auf? Ne, da können wir nichts machen. Sie hat die DS. Dankeschön. Okay, wisst ihr was? Wir schmeißen uns rein. Und ich habe Adrenalin. Wie unpassend. Oh mein Gott. Hätte ich ihn ein bisschen später gebrauchen können. Hm, okay, okay. Komm her, Gespenst. Komm mit. Äh. Und sie hat... Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Alles klar. Los geht's. Wir sind auf dem Autohaven-Schrottplatz. Und wir haben einen Brunnen. Ihr wisst, was es bedeutet. Oh, warte. Und da hinten ist die Seuche schon. So, mal sehen, wie viele Runden wir um den Stein drehen können. Jetzt hat sie uns getroffen. Okay. Verlangen wir den Loop mal. Ist eh eine unsichere Palette. Nein. Okay, auf den Fake ist sie nicht eingegangen. Ist keine Mind-Gamerin, Leute. Blendung und vorbei. Nein. So, vielleicht können wir David irgendwie helfen. Hat sie uns gesehen? Nee, hat sie nicht. Das wird knapp. Das wird knapp. Komm schon. Ja. Ja, moin. Hahaha. Okay, das wird schwieriger. Hebt sie meine Richt... Hebt sie meine Richt... Nee. Können wir nichts machen. Rip David. Rip. Den krieg ich. Yes. Was? Okay, Leute. Vergesst es. Ich bin schlecht. Wird schwierig. Wird schwierig. Yes. Da hinten ist es schon. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Nee, sieht nicht danach aus. Ja komm, der jagt mich auch. Komm, ich jag mich. Clodet, hau ab. Hau ab, Clodet. Oh mein Gott. Ich hab hier aber auch keine Palette mehr. Ich hab hier gar nichts mehr. Hm. Okay, sie kotzt mich voll. Vielleicht kann ich sie blenden. Keine Paletten mehr. Das ist sehr unangenehm. Glaube, sie hat mich jetzt verletzt. Ja. Leute, haut ab. Weg hier. So, okay. Wir haben kein Fenster, aber eine Palette, die werbe ich jetzt auch. Kleine Blendung. Hier hab ich auch eine Palette. Perfekt. Geh ich ein, zwei Runden mit ihr rumherum. Ach, wisst ihr was? Okay, jetzt hat sie mich. Nein, sie ist ungedreht. Okay, ich hab keinen Flashlight Juice mehr. Wir haben eine T&L Wall. Mal sehen, wie lange wir hier überleben können. Hm, kein Double Back. Perfekt. Hm, sie geht da lang, geht hier lang. Ähm. Sie geht innen durch. Haben wir hier eine Palette? Wir haben keine Paletten. Leute, wir haben keine Paletten mehr. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Okay, von wo kommt sie? Von hinten natürlich. Von wo sonst? Hat sie mich schon gesehen? Sie weiß nicht, dass ich hier bin, oder? Oh ja, wie kann man diesen Bubba übersehen? Wie kann man diesen Bubba übersehen? Ja, okay, sie werden mir folgen. Okay. Durchs Fenster, alles klar. Uff. Das war knapp. Nee, da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Okay, sie macht keinen Fake. Sie trifft mich nicht mit ihrer roten Kotze. Sie geht durchs Fenster. Das Fenster ist blockiert. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Sie geht innen durch. Wir können sie sehen. Damit rechnet sie jetzt bestimmt nicht. Oh, warte. Das Fenster ist immer noch blockiert. Mist. Wir bekommen hier auf jeden Fall einen Hit. Sie geht nicht drauf ein. Ich dachte, sie geht vielleicht... Macht vielleicht einen Double Back. Geht sie durchs Fenster? Nee, geht sie nicht. Gehen wir durchs Fenster. Geht innen durch. Ja, moin. Ja, moin. Ich wäre so tot gewesen, Leute. Ich wäre so tot gewesen. Okay, sie dachte, ich werfe direkt. Ruhe. Werfen. Immer noch nicht. Ruhe. 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 Wir haben keinen Juice mehr zum Blenden. Gut, dann gehen wir zu diesem Jungle Gym da hinten. Ich weiß nicht. Haben wir da noch eine Palette? Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, kleiner Fake vielleicht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja. Okay, die Frage ist, welches Tor... Wo ist sie? Wo ist sie? Okay, dieses... Okay, das Tor. Okay, das Tor. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich bin eigentlich sicher raus. Okay, wo geht sie lang? Sie wartet ab. Sie hat mich verloren. Okay, wir sind raus. Nein, Claudette, nein. Okay, einen Schlag können wir tanken. Einen Schlag können wir tanken. Komm, 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 komm. Ja, stark. Jetzt die Claudette. Komm. Komm. Wickel dich frei. Komm. Yes. Und jetzt raus, komm. Alles klar, wir sind raus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ich nochmal mit Bubba spielen soll oder einem anderen Killer, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.